Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei CryptoKey, meine Lieben, und heute ganz wichtiges Thema. Bybit führt eine verpflichtende KYC ein. Kann man natürlich jetzt negativ sehen, für Leute, die sagen, sie wollen ihre Identität nicht angeben oder was mit dem Geld da oben passiert. Aber für Bybit ist es natürlich noch einen Schritt weiter in den Trust hinein, damit jeder Nutzer, der mit Bybit Services nutzen möchte, das heißt Trading, Stacking und ähnliche Stacking und Launchpad zum Beispiel war eh schon jedes Mal nur mit KYC möglich. Aber einfach Trading aktiv betreiben zu können, kaufen, verkaufen, Hebeltrading, benötigt man ab dem 8. Mai, das ist der Stichtag, ein KYC Level 1. Wir schauen uns das gleich an, es ist ein ganz simples KYC, ist auch laut Bybit hier in 15 Minuten erledigt. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, aber es war sicher nicht schwer, weil wir haben ja damals auch bei Custa, glaube ich, haben wir das gemacht. Alle, die mit mir bei Custa zum Beispiel dabei waren oder auch bei anderen Launchpads, wo wir Tokens zum Einkaufspreis geholt haben, musste man ja KYC Level 1 haben, sonst konnte man gar nicht mitmachen. Ist aber auch bei Binance oder überall anders. Man kann nicht mitmachen an solchen Dingen, wo man Coins zum Einkaufspreis kriegt, wenn man kein KYC hat. Was heißt das aber jetzt bei Bybit? Was ist dann nicht mehr möglich? Und was ist doch möglich? Ganz wichtig, auch alle, die den Avalon Trading Bot nutzen und jetzt aktuell bei Bybit sind und kein KYC haben, bitte macht das. Der Bot kann sonst keine Positionen mehr öffnen. Das heißt, das Service des Bots würde dann leider wegfallen, weil Bybit eben das einschränken würde, dass neue Positionen eröffnet werden. Was kann man dann machen, wenn man nicht verifiziert ist? Das zeige ich euch jetzt gleich noch. Ja, meiner Meinung nach keine schlechte Sache, gerade weil ja auch Bybit mit der BaFin in Deutschland noch irgendwie so am Kämpfen ist, damit sie offiziell weiterhin das Service anbieten oder wieder anbieten dürfen. Sie dürfen ja offiziell nicht. Aber was wird auch noch verhindert, damit die Leute keine Doppelaccounts haben, das Geldwäsche wird dadurch ein bisschen unterbunden und, und, und. Ja, weil man weiß, okay, da ist jetzt jemand, der hat 10 Millionen oben und hat vielleicht gar keinen Account dahinter oder hat zwei, drei, vier Accounts und versucht hier ein bisschen, nicht offiziell oder, oder, oder wie nennt man das, legal verdientes Geld hier irgendwie, keine Ahnung, umzuwandeln oder wie auch immer. Ja, genau. Ich zeige euch aber, was da jetzt im Detail gemeint ist. Ihr seht hier die FAQ Individual KYC. Das werde ich euch unten auch noch hinein verlinken, damit alle, die dabei sind, schon bei Bybit, ja, das auch wirklich abschließend. Da steht eh, vom 8. Mai weg, ja, ist eine Identitätsverifizierung vom Level 1 auf jeden Fall nötig, um weiterhin Bybit Produkte und Services nutzen zu können. Existierende Nutzer, die das nicht bis zum 8. Mai 2023 gemacht haben, wird nur mehr noch erlaubt sein, eine Position, die vielleicht offen ist, zu schließen, oder die Limit Orders, zum Beispiel, Conditional Orders, was offen sind, diese zu schließen. Du wirst keine weiteren Orders mehr ausführen können ab diesem Datum. Deswegen auch alle, die beim Avalon Trading Bot sind, bitte mach dein KYC, der Bot kann sonst nichts mehr machen. Natürlich kannst du dir auch dein ganzes Geld, was nach oben ist, auszahlen und kannst einfach sagen, okay, Bybit, sorry, ich möchte nicht KYC verifiziert werden sein, ich verpisse mich einfach sozusagen. Weil, und da steht hier, jede neue Trading Aktivität wird auf jeden Fall nicht mehr möglich sein. Sollte das aber jetzt dann die Verifikation abgeschlossen sein, dann kannst du weiterhin alles nutzen. Wie sieht das dann aus, wenn das abgeschlossen ist? Ich zeige euch das Beispiel hier von mir. Mein Account ist hier mit Level 1 eh schon lange Zeit verifiziert. Das heißt, ich habe jetzt eine Möglichkeit, eine Million US-Tether pro Tag auszuzahlen und 20k pro Tag einzuzahlen. Was brauche ich, habe ich hier dafür benötigt? Einfach nur eine ID und ein Selfie. Das heißt, mein Passwort, Führerschein oder irgendwas und ein Selfie und Sache ist erledigt. Dann ist die KYC auch abgeschlossen. Das ist auch das, was man dann in Zukunft braucht. Wenn man sagt, okay, du brauchst mehr Auszahlungen oder mehr Einzahlungsmöglichkeiten, dann hat man hier die Möglichkeit Level 2 mit Proof of Address. Das heißt, dass du auch dann irgendeine Handyrechnung, Gasrechnung oder sonst irgendwas, Elektrizitätsanbieter noch dazu gibst. Dann bist du auf Level 2. In meinem Fall reicht das hier aus. Ich brauche auf keinen Fall irgendwie mehr. Und da ist auch in kurzer Zeit geschehen. Man steht hier, die Review-Duration ist circa eine Stunde. Das heißt, wenn das gemacht wurde, dauert es circa eine Stunde, bis das abgeschlossen ist und dann ist man verifiziert. Eigentlich eine ganz simple Sache, was das angeht. Meiner Meinung nach auch eigentlich im positiven Sinne. Für alle, die nicht zu verbergen haben, die haben auch kein Problem damit, das zu verifizieren. Wir wissen, es gibt andere Plattformen, wo das eben noch nicht nötig ist und wo man trotzdem weiterhin traden kann, gehebeltes Trading machen kann, aber auch größere Mengen ein- und auszahlen kann. Falls Leute, und das werde ich vielleicht auch nochmal unten hineingeben, sofern das, ich glaube, das ist aber auch auf der Seite dazu, eine komplette Anleitung für Leute, die sich unsicher sind. How to complete the individual KYC verification. Ihr könnt euch das dann im Video anschauen oder ihr schaut euch das an am Desktop oder am App. Da könnt ihr das anklicken, dann habt ihr den Step-by-Step. Das seht ihr hier eh auch darin. Bei Account and Security findet ihr das. Und dann klickt ihr hier einfach auf Verify Now. Dann sagt ihr kurz, okay, was möchtest du uploaden? Ist das dein Ausweis? Ist das dein Passport, dein Führerschein, wie auch immer? Dann kommt eben wahrscheinlich noch dein Land, genau. Sie sagen da nur, für Nigerianer gibt es eine spezielle BVN-Nummer. Das ist für die Bank-Fabrication-Nummer, aber das ist in dem Fall für uns hier im deutschsprachigen Raum eh egal. Und dann war es das eigentlich schon. Dann kommt noch ein kurzes Selfie, damit du auch die bist, was auf den Ausweis ist. Und zack, erledigt. Dann hast du das abgeschlossen. Es gibt dann noch Level 2, aber das Level 2 wird ja für die meisten jetzt nicht nötig sein. Dann steht eben auch noch dabei, warum, ja, die Gründe. Fünf Gründe, warum du dich eben verifizieren solltest. Da steht dann hier auch immer alles dabei. Launchpad-Events, da kommen wir auch gleich dazu. Recover your account, kannst du das machen. Ist viel einfacher, sollte irgendein Problem sein. Wenn du gehackt wirst, wenn sonst irgendwas vorkommt, kannst du eben sagen, hey, das ist doch mein Account. Und bitte könnt ihr mir das recovern, weil ich habe ein Problem, ich wurde gehackt. Sonst könnte man das ja nicht zuweisen. Und ihr müsst ja verstehen, stell dir mal vor, ich sage einfach, ich weiß irgendeine Account-ID mit irgendeiner E-Mail und sage, hey, ich wurde gehackt. Ich möchte meinen Account zurück, aber diese nicht verifiziert. Man kann dann nicht nachweisen, hey, ist das wirklich dein Account, ist es nicht. Hatten sie hier vielleicht schon Probleme oder ähnliches. Es ist natürlich aber auch eben Vorsorge oder Prävention gegen illegale Aktivitäten. Ist natürlich auch ganz normal. Genau. Es steht hier, es braucht nur ein paar Minuten, dass es eben freigeschaltet ist. Was hat man dann aber eben die Möglichkeit? Nicht nur das Launchpad, also wenn man auf Trade geht und hier runter auf Launchpad. Leute, die beim Launchpad zukünftig mitmachen wollen, haben die Möglichkeit. Man sieht hier, wer Coins zum Einkaufspreis, möchte ich mal sagen, haben möchte, hat die Möglichkeit, eben da dabei zu sein, diese zu kaufen. Man sieht, der Caster 2050 in der ersten Woche circa. Reel 1.847, Gene 3.398%. Das letzte war ME, ich habe euch das eh auch vorgestellt. Da konnte man dann in zwei Möglichkeiten mit Lottery in US-Tether oder Subscription in BIT, je nachdem, was man gehalten hat. Also war auch sehr, sehr, sehr gut. Und man sieht eigentlich, dass mehr Leute bei BIT-Token mitgemacht haben, weil die Chance natürlich höher war, als bei US-Tether. Das wäre zum Beispiel etwas. Was gibt es noch? Es gibt die Earned Products. Die sind auch sehr interessant. Man kann hier einfach seine Coins und Tokens vermehren. Ihr kennt das. Staking, Liquidity Mining, Launchpools, wenn neue rauskommen, neue Tokens, wo man sich sehr, sehr gute APYs und APRs eben absahnen kann. Und deswegen, alle, die nicht dabei sind oder noch nicht verifiziert sind, macht das bitte bis zum 8. Mai. Ansonsten könnt ihr auf BIT nichts mehr machen. Wäre schlecht, wenn ihr eine Swing-Long-Position offen habt und diese vielleicht bei 16k oder so genommen habt und ihr seid jetzt der Meinung, Bitcoin wird steigen, dann könnt ihr mit dieser Position nichts mehr machen, außer laufen lassen. Genau, das war es auch schon. Ich hoffe, wir haben eh noch 8 Minuten circa. Liken, teilen, eh nichts vergessen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.